und da sind wir auch wieder hier zu battlefield 1 und wir kriegen schon wieder menge action oh verdammte hacke zwei panzer der in der klasse das wird ja ich wollte auch nicht eigentlich schlafen gehen verdammt ja da ging das ding immer im arsch komm ich kann jetzt nicht wahr sein das kannst du vergessen nein muss das geben der nächste panzer der nächste ganz schön so kann ich mich hier ein bisschen verstecken ich hoffe ja ein bisschen nur reparieren fängt schon wieder hardcore mäßig an bin ich bei 99 es reicht schon wo ist der ach da verdammt ich bäumchen wechsel die spielen können aber wir kriegen auch so was ist der kleine da oder kleine das ist der große ein großen aber ja noch beschleicht das gefühl irgendwie ein trick an wenn wird und okay mega aufpassen kleiner war grad da wo ist denn der große den hätte ich gerne so erwischt der ist auch weg ne ich will alle deutschen panzer brennen sehen zerstört sie jeden einzelnen da verdammt zack zack gut so verpassen sie ihm noch einen dabei ja alles gewackelt gehen wir am sack so gut so zerstör den winzling so reparieren du bastard ich muss jetzt hier ich will jetzt nur der große sein der jetzt wahrscheinlich hier ankommt genau so ich hab dich voll erwischt ja jetzt bist du im arsch vielleicht krieg ich noch komm 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 tank bam schnell reparieren in der zeit hui hui edwards bewegung oh nein bittet ihr nicht ein dass du uns jetzt einfach so weg sterben kannst mir geht es gut aber so viel spaß macht mich müde los jetzt wohin da ok das sind jetzt nur billige fußsoldaten die volle breite seite Oh, come on! Sorry, Beth. Untertitelung des ZDF, 2020 AdWords Und? Was machen wir jetzt? Fahrer Wir laufen Na zweitens schlafen wir Kumbari, oder habt ihr gelesen? 300 Panzer Einen Monat später war der Krieg zu Ende Krass Nochmal da waren 300 Panzer in Aktion Schon eine beachtliche Anzahl Ähm Ja An Panzer Wirklich Ist erstaunlich, was für eine Anzahl Hui Ja, damit habe ich Äh, diesen Kapitel Morast und Blut Abgeschlossen Das heißt also, wir können dann Ins nächste Kapitel springen Hier nochmal Die Bewertungen Äh Okay Ist Joa, ich denke mal Das könnte natürlich besser sein Aber hey Ich bin kein Sammler Und hast du nicht gesehen Es war aber eine geile Story Wirklich Ähm Morast und Blut Das heißt im Prinzip Machen wir jetzt in der zweiten Episode Einflussreiche Freunde Kämpfer als freiwilliger Pilot Im britischen Royal Flying Corps Um die Äh Um die Luft What? Jetzt muss ich wissen Überlegenheit Also um die Luft Überlegenheit Ich muss jetzt von der Seite So wie ich hier sitze Immer wieder schauen Ähm Gut, das heißt wir gehen In der nächsten Folge Im nächsten Kapitel Dann auch mit dem Flugzeug In die Aktion Das machen wir natürlich Alles Dann würde ich sagen In der nächsten Folge Ich weiß, die Folge ist jetzt Ziemlich kurz Aber ich denke mal Das wäre so passend Dass wir dann was So machen Wie gesagt Wir sehen uns in der nächsten Folge Wem es gefällt Und wem überhaupt Battlefield gefällt Gerne in den Comi reinschreiben Entschuldigung In den Kommentarenbereich Das sollte ich mal Wirklich mal Richtig mal Ausdrücken Bevor Es wirklich Ganz in die Hose geht Wie gesagt In den Kommentarenbereich Gerne euer Kommentar Inschreiben Schreibt mal rein Was euch so am Battlefield gefällt Beziehungsweise an den ersten Genauso wie eine Bewertung Das wäre schön Und vor allem für Neuankündige Hier auf diesem Channel Gerne ein Abo hinterlassen Falls ihr nicht mehr Verpassen wollt Es gibt auch mehr Als bei Also mehr Battlefield Als bei mir Also ich meine Ist egal Ich bin durch Ich gehe jetzt fliegen Und fliegen mag ich nicht Aber gut Sehen wir uns in der nächsten Folge Ich bin ein Abo hinterlassen Ich bin ein Abo hinterlassen